Hallo, heute ist unser Thema Liebe zur Umwelt. Das ist unsere Welt und wir lieben sie sehr. Was wir lieben. Wir lieben unsere Familie, die Pflanzen, die Tiere, und die Urlaubsorten. Auf dieser Welt gibt es auch Krankheiten, Kriege und zu guter Letzt Umweltkatastrophen. Daran sind leider die Menschen schuld. Wie können wir es aufhalten? Nachricht an die Erwachsenen von den Kindern der jüngeren Generation. Das passiert, wenn wir unsere Welt nicht gut behandeln. So können wir die Welt retten. Dafür müssen wir die Welt sauber halten und nichts auf den Boden werfen. Die Erwachsenen müssen nicht wie kleine Kinder über Erd durchstreiten, weil das oft zu Kriegen führt. Wir müssen gut miteinander umgehen, damit es auch Frieden gibt. Es wäre auch besser, wenn die Erwachsenen nicht gelbsüchtig sind, weil das oft zu Krieg führt. Und das wollen wir verhindern. Wir lieben unsere Erde und wollen, dass sie gesund bleibt.